Jo, jetzt weiß ich ja nicht, wo ich diesen komischen Pilz einsetze. Ich hab nicht lange rumgemacht hier, ich hab auch nicht gesucht. Ich hab einfach meine alten Videos mal nachgestöbert, wo dieser Ort sein könnte. Ja, wo wir das komische Teil hier einsetzen. Und zwar befindet sich das Ganze im Keller. Ich wusste ja, dass hier irgendwas mit Scharlachrod zu tun hat, da wo ich wusste nicht mehr, wo das ist. Das ist das Problem. Und wenn man halt schon zwei Wochen wieder nix mehr aufgenommen hat von die Muscha 2, dann wird man hier beschossen von Pfeilen. Ey, was geht hier ab? Alles klar. Haut ab hier! Ne, besser gesagt, ich. So, dann müssen wir hier hoch. Los. Ne, oder? Ich weiß gar nicht. Ne, ich bin falsch. Ich bin falsch. Ne, ich bin richtig, oder? Hä? Ich hab schon alles vergessen, verdammt! Ne, ich gucke erstmal hier rein, ob ich hier richtig bin. Ne, 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 ich bin falsch. Entschuldigt aber, naja. So ist das. So, oh! Kommt da was? Ne. Ah ja. Ne neue Box. Wird geliefert. Aber nicht für mich, denn, ja, möchte ich nicht unbedingt unboxen. So, hier sind wir auch richtig. Jawohl. Ich wollte eigentlich hier die Leiter bloß hoch. Ja, entschuldigt, entschuldigt, ja, dass ich überhaupt existiere. Ach, die schnapp ich mir jetzt hier oben. Jetzt hab ich's aber seit hier. Ey, ich hab doch gedeckt mich! Ey. So. Tschüss! Tschüss! Jetzt reicht's! Ihr habt euch hier ein bisschen vermacht. Das ist ja nicht der Bogenschutzstand. Das ist hier... Achso, das wollte ich euch mal zeigen. Das erinnert mich manchmal so an Resident Evil 1, so, ja, ne? Mit dem Herrenhaus. Ganz oben die Etage. Weiß nicht, warum ich da jetzt... Wie ich da drauf komme, aber... Na ja, ein bisschen Ähnlichkeit hat's. Genau, hier sind wir richtig. Ey, die schießen immer noch... Wo schießen die denn? Können die durch die Wände schießen? Oh, ein Brunnen. Cool. Hab ich den nicht schon mal benutzt? So, und zwar... Müssen wir hier jetzt denn das Teil einsetzen. Seid ihr das? Boah, hier, schau mal. Ich dachte ja... Also, ich hab damit gerechnet, dass es eine Kugel ist oder irgendwie so. Aber es ist halt so ein... Ja, der Pilz hier. Sieht aus wie ein Auge. Schau mal, willst du mich ver... Albern hier? Sieht doch nicht aus wie ein Auge. Guck doch mal richtig hin. Sieht aus wie ein Pilz und nicht wie so ein Auge. Ja, okay, jetzt sieht es aus wie ein Auge. So, was verbirgt sich denn hier? Wir brauchen hier noch einen Speicherpunkt. Oh, und die Musik verändert sich. Ja, ich kann sie diesmal hören. Moment noch. Das vermag nichts Gutes hier. Was ist das? Oh! Wir sind im Aquarium. Cool. Uh, seht ihr mich? Ja. Die Fische haben genauso wenig Interesse wie ich an ihnen. Oh! Oh! Seht los. Nao. Das ist ein Witz. Are you all right? What is it? Jubei, I have to go back to Odani Castle. Jubei, I... Actually, Oyu is not my real name. I am Oichi. Oichi? You mean that Oichi, wife of the Lord of Odani Castle, Nagamasa Asai, and the sister of Nobunaga? After I got married two years ago, I learned that my husband had three daughters from his past wife. I felt betrayed. I wanted to leave. But I learned that my brother, Nobunaga, was trying to ruin the Asai clan. Once I became a member of the Asai family, I thought I should stop my brother. So I went to Gifu Castle and tried to take his life. That's when I met you. After that, nothing else mattered to me. Only you. You. But now I can admit that I'm being selfish. You said that your mother is your mother, no matter what. Blood or no blood. My three daughters are waiting for me. I have to return. Oyu. Oyu. Oh! Oh! Hier wir gehen! Es ist Spiel über für beide! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Oh! Ow! Oh! 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 Hm... Aha! So ist das also! Ja egal, komm Oyo, lass uns durchbrennen. Denn da knisterst du ja ganz schön inzwischen den Zweien, oder? Ne Quatsch, äh... Ja, ich hatte es ja eigentlich schon befürchtet mit Oyo, dass da irgendwas nicht stimmt, aber... Ich bin jetzt trotzdem ein bisschen baff, so... Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, aber... Echt cool. Und wo sind wir hier? Naja... Egal. Ich werde erstmal speichern. Ja, so ganz könnte ich jetzt das nicht verfolgen. Äh... Es gibt wohl alles zu viel Informationen. Aber wir wissen ja auf jeden Fall jetzt, dass Oyo die Schwester von Nobunaga ist. Ja. Und dass sie, äh... Gar nicht Oyo heißt, sondern Oichi. Ja. Aber mir ist aufgefallen, dass, äh... Jube sie trotzdem Oyo nennt. Das ist ja... Toll. Und ich glaub's nicht, sie war schon verheiratet, oder... Wie auch immer. Naja, egal. So, kommst du jetzt mit mir mit, ja? Oder wie seh ich das? Aber dann... Zeig, was du hast... äh... kannst. Ja, und wo sind wir hier? Hier dampft's wieder und hier brennt's. Na toll. Wie die Geschichte hier weitergeht, das... Erfahren wir in der nächsten Folge. Also, ich mach hier erstmal Schluss für heute. Und ja, bis dann. Halt.